2,5 kostet das? Oha, ok. Geil, Alter. Sieht schon richtig nice aus, aber hä, man muss für die... Ah, die Schwitzsacken auch, boah. Also die Goldarzt würde ich gerne haben, aber... Oh Gott, 1200 Schiff. Knallkopf ist wieder drin. Krypto... Der, ja, der Chaos Agent a la der Heavy. Der, ja, was ist denn da drin? Äh, keine Kornoskupen. Hahahaha. Also die... Die Sen ist ja auch noch geil. Ist echt so. Hä? Direktes Cut ist ja drin. Stimmt. Der ist eigentlich der seltenste Spitzsacken, ne? Ich weiß. Platz 10, aber nur. Aber das Paket ist Killer, Alfa. Hm... Machen wir das sogar mal. Was muss ich machen, um so eine Karte beschwören zu können? So eine ägyptische Götterkarte? Drei Monsteropfer. Drei Monsteropfer. Ah, ok. Was mach ich jetzt? Auch wenn ich den Magier da veropferde, der hatte für mich grad 37001. Ja, das ist aber auch noch Götterkarte. Und welchen wir da waren jetzt? Und wer hat sich um das zu tun? Da haben wir uns selten gesehen. Keinweil. Und holst du das Paket der anderen... ...oder hast du keine... Ich hab jetzt... Das ist schon ein teures Paket, muss ich sagen. Es hat aber 3 Skins und die haben alle beiden 2 Stile und der Chaos Agent hat sogar 4. Oh, keine Ahnung gegen die Mann. Ich gönne mir das jetzt. Ich glaube, das ist fertig. Krass, Paket, das sieht schon sehr nice aus.